Also das ist Charlie und Charlie ist mein Plüschaffe und diesen Plüschaffen habe ich schon im Kindergarten geschenkt bekommen, also während ich noch in den Kindergarten ging. Also das ist schon sehr sehr lange her und Charlie hatte schon im Kindergarten einen ganz großen Auftritt, da hatten wir nämlich Dschungelfest im Kindergarten und Charlie hing an der Tür über unserem Gruppenraum und das war ganz ganz großartig und danach nach meiner Kindheit ist Charlie dann auf dem Dachboden verschollen und jetzt habe ich ihn rausgeholt und jetzt hat er seinen ersten großen Auftritt hier auf der Studiobühne und er ist auch wahnsinnig aufgeregt und wenn das kein Grund ist vorbeizukommen dann weiß ich es auch nicht. Also Charlie live im Theater. Er hat sogar Text, ich bin sehr gespannt wie es wird. 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 Ich bin sehr gespannt wie es wird.